Altes Wissen am Puls der Zeit. Auch du hast sicher sofort ein Bild im Kopf, wenn du an Schamanen denkst. Die meisten Menschen bringen sie mit den Naturvölkern Nordamerikas in Verbindung. Fakt ist jedoch, dass so ziemlich alle Religionen in irgendeiner Form eine frühe Version des Schamanentums kannten. Ob wir nun Priester oder Druiden, Magier oder Hexen zu ihnen sagen, ist einerlei. Trotzdem genießen die Schamanen eine Art Sonderstellung. Ihr nahe Verhältnis zur Natur macht sie besonders und einige ihrer Kunstgriffe und Rituale kennen wir noch heute. Zahlreiche Überlieferungen und Mythen gewähren uns Einblick in die Weltanschauung und Praktiken der Schamanen. Was wir modernen Menschen noch heute von ihnen lernen und täglich anwenden können, das verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Dankbarkeit soll dein Leben bestimmen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil aller bekannten Religionen und Weltanschauungen. Ohne Dankbarkeit im Herzen kann um uns herum nichts erblühen. Wer sich ständig nur darüber grämt, nicht alles zu bekommen, wird nie erfahren, wie sich Reichtum anfühlt. Konzentrieren wir uns hingegen auf die vielen wundervollen Kleinigkeiten, die unser Leben erfüllen, werden wir mehr von diesen Gaben und Geschenken erhalten. Das Prinzip Dankbarkeit ist einfach, aber durchschlagend effektiv. Gewöhne dir am besten ein tägliches Ritual dazu an, dann vergisst du den Segen nicht, der dein Leben wertvoll macht. Nummer 2. Ehre deine Ahnen, respektiere deine Wurzeln. Der Ahnenkult und die Verehrung der Toten spielt in allen Schamanenkulten eine essentielle Rolle. Das Woher ist in vielen Religionen wesentlich wichtiger als das Wohin. Außerdem geht man im Schamanentum davon aus, dass die Geister unserer Ahnen liebevoll über uns wachen. Sie beschützen uns, warnen uns vor Gefahren und stehen uns zur Seite, wenn wir sie lassen. Damit das funktionieren kann, brauchen wir eine Verbindung, einen heißen Draht zu ihnen. Der gelingt, indem du beispielsweise etwas weiterführst, was deine Großeltern und Urgroßeltern schon betrieben haben. Rituale wie das Räuchern, die Zubereitung bestimmter Speisen an hohen Feiertagen oder andere Traditionen. Nummer 3. Kein Licht ohne Schatten Die Identifizierung des Schatten-Ich verdankt die moderne Psychoanalyse zwar Karl Gustav Jung. Trotzdem kennt man diesen Teil unserer Persönlichkeit in den schamanisch geprägten Naturreligionen schon sehr, sehr lange. Jeder Mensch trägt dunkle Seiten an sich. Wünsche, Sehnsüchte und Begierden, aber auch unerforschte Bereiche unserer Seele, die nie an die Oberfläche durchdringen, sind damit gemeint. Akzeptiere die Deinen, sofern sie Dir bekannt oder gar vertraut sind. Ohne Dein Schatten-Ich bleibt nur ein Schatten Deiner selbst. Nummer 4. Rituale sind mächtig und wirkungsvoll Wer bei dem Begriff Ritual ausschließlich an Zauberei und Hexenwerk denkt, irrt gewaltig. Wir kennen viele solcher Handlungen und sie alle wären schon längst Geschichte, würden wir ihnen keine Bedeutung beimessen. Das Klopfen auf Holz beispielsweise, wenn etwas gelingen soll, oder das Toi-Toi-Toi der Schauspieler vor einer Aufführung, sind solche Überbleibsel. Das Entzünden einer Kerze am Friedhof symbolisiert die Lebensenergie der Verstorbenen. Und sehr viele kirchliche Bräuche und Riten haben ihren Ursprung in den sogenannten heidnischen Naturreligionen. Wird in ländlichen Gebieten ein Kind geboren, ist es üblich, dem Säugling seine Aufwartung zu machen. Dass es dabei Geschenke gibt, kennen wir bereits seit einer ziemlich prominenten Geburt, die vor 2000 Jahren in Bethlehem stattgefunden hat. 5. Alles ist Energie, wir sind Energie Eines der wichtigsten Prinzipien schamanischer Tradition ist das Alles-ist-eins-Prinzip. Wir Menschen sind ein Teil der Schöpfung und somit von Himmel und Erde. Alles bewegt sich im selben Rhythmus und alles ist den Gesetzmäßigkeiten der Jahreszeiten und des Mondzyklus unterworfen. Es würde keinen Sinn ergeben, sich diesem Gesamtkonzept zu entziehen. Wer mit dem Flow geht, wird daher stets gut beraten sein. Positives Denken erschafft ein positives Weltbild und alles, was wir an Energie nach außen tragen, kommt zu uns zurück. Das Prinzip von Karma oder das Gesetz der Anziehung kennen Schamanen weltweit. Ihre Vorfahren haben sie diese Dinge gelehrt und sie werden niemals an Bedeutsamkeit verlieren. 6. Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit Eine Krankheit des Körpers ist nie nur eine singuläre Angelegenheit dieser fleischlichen Hülle. Ein Mensch besteht immer aus der Dreieinigkeit von Körper, Geist und Seele. Ist eine dieser drei Säulen aus dem Gleichgewicht, leiden auch die beiden anderen unter dieser Schieflage. In einem kranken Körper kann kein gesunder, lebhafter Geist wohnen. Und eine Seele wird sich dort niemals lange willkommen und zu Hause fühlen. 7. Die Natur ist dein wichtigster Kraftplatz Vieles von dem, was Schamanen an Heilkunden und Arzneien zu bieten haben, entstammt mit der Natur. Dort ist ihre eigentliche Heimat und nur dort finden sie die Ruhe und die Energie, die sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit brauchen. Auch wir Menschen täten gut daran, uns mehr mit der Natur zu verbinden. Jeder Aufenthalt unter freiem Himmel kann uns so viel mehr geben als nur Sonnenlicht und Sauerstoff. Unser heutiges Fazit Jeder Mensch kann ein Schamane sein. Früher wurde man als Schamane geboren und nach strengen Kriterien auserwählt. Die Gabe der Hellsichtigkeit war dafür ebenso ausschlaggebend wie eine gewisse mystische Ausstrahlung. Schamanen lebten nie in der Gemeinschaft, sondern stets am Rande und wir Außenseiter, die jedoch ein hohes Ansehen genossen. Ihre Art, sich mit der Natur zu verbinden, alles Nützliche über Tiere und Pflanzen zu lernen, sowie Körper, Geist und Seele in Eintracht zu wissen, würde uns modernen Menschen ganz gut tun. Außerdem schadet es nicht, sich eine positive Einstellung anzutrainieren, denn Energie senden wir aus und diese Energie kommt zu uns zurück. Gewöhne Dir kleine Rituale an, die Du in Deinem Alltag integrierst. Sie erden Dich und tun Deiner Seele gut. Außerdem sind sie eine hervorragende Möglichkeit, um Dich mit den Geistern Deiner Verstorbenen zu verbinden. Sie helfen Dir gern und so bleibt Dir in Kontakt. Widme Dich Deinem Schatten-Ich und erkenne Deine dunkle Seite als Teil Deiner Persönlichkeit an. Ohne sie wärst Du nur die Hälfte und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es eine Sache gibt, die Du von den Schamanen unbedingt übernehmen solltest, dann ist es die Dankbarkeit. Nur wer sie zu seiner Religion erklärt, erntet einen Vorgeschmack auf das Paradies und das an jedem einzelnen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!